Das Leben ist hart. Jedes Korn muss mit Schweiß und Blut dem Boden abgerungen werden. Jeder Winter reißt viele von uns in den Tod. Doch als unsere Krieger vom Raubzug zurückkamen, brachten sie eine neue Hoffnung mit. Neben Schätzen und Nahrung hatten sie noch etwas Besonderes gefunden. Es leuchtete rot und zog die Blicke aller Umstehenden auf sich. Es war ein Kristall, verziert mit uralten Runen und erfüllt mit magischer Macht. Unsere Druiden fühlten es. Sie nahmen ihn an sich und ließen niemanden sonst den Kristall auch nur sehen. Aus ihrem heiligen Hain drangen nur wenige Wortfetzen zu uns. Drova, das Land der Sagen. Nemeton. Die Anderswelt Drova, ein Ort des Friedens, wo niemand hungert, wo alle in der Stadt Nemeton im Einklang mit den göttlichen leben. Hat dieser Kristall wirklich etwas mit Nemeton zu tun? Du siehst, wie sich zwei Fackeln vom Dorf entfernen. Ein roter Schimmer begleitet sie. Die Druiden Meron und Venia trauen sich um diese Zeit in den Wald. Ganz alleine? Was haben sie vor? Du entscheidest dich, ihnen zu folgen. Die Druiden Meron und Venia trauen sich um diese Zeit in den Wald. Die Druiden Meron und Venia trauen sich um diese Zeit in den Wald. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Hm? 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Hmm... 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 Oh, oh, oh. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das war's für heute. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020